Der Kaukasus Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie unsere Firma dieses Feld haben, dass Sie Ihre Zeit gerade dieser Präsentation gewidmet haben. Ich erzähle Ihnen ganz kurz über die Region Stavropol, Berlin, Kaukasus und über unsere Firma. Mein Name ist Natalia. Ich bin Leiterin für Tourismusentwicklung der Reisefirma Ladiya. Die Firma wurde 2005 gegründet. Seit über 16 Jahren arbeiten wir mit Touristen in Kafkaski, Mineralnevode und im Nordkaukasus. Die Touristen kommen zu uns aus ganz Russland und aus dem Ausland. Zurzeit haben wir schon über 50.000 Menschen bedient. Seit dem ersten Tag der Existenz befasst sich unsere Firma mit dem Einreisetourismus in kaukasischen Mineralwässern und im Nordkaukasus. Und die Anzahl der Touristen wächst ständig. Zurzeit haben unsere Firma sogar über 200 Partner erkennt. Was ist die Region Stavropol und wo befindet sich der Nordkaukasus? Die Region Stavropol befindet sich im nordkaukasischen Bundesbezieher und befindet sich im südlichsten Teil Russlands. Es ist schon seit langem bekannt, dass die Meereskohorte der Region Krasnodar der südlichsten Teil Russlands sind, aber in Wirklichkeit ist gerade die Region Stavropol der südlichsten Region Russlands. Hier können sie auch unterschiedliche Teile, Berge vom kaukasischen Mineralwässern bis zum Kaspischen Meer in Dagestan bewundern. Wie sind wir erreichbar? Noch vor kurzem hatten wir einen Direktflug aus Deutschland nach Kavmino, die kaukasischen Mineralwässer, so heißt der Flughafen und die Stadt. Zur Zeit sind diese Direktflüge kaum möglich. Wir hoffen trotzdem darauf, dass die Fluggesellschaft diesen Flugverkehr in der nächsten Zukunft wieder aufnehmen. Von Moskau ist unsere Region kaukasische Mineralwässer einfach zu erreichen. Sie fliegen nach Moskau und dann fliegen sie von Moskau nach den kaukasischen Mineralwässern. Der Flugzeit ist etwa anderthalb Stunden oder zwei Stunden maximal. Das Zentrum der kaukasischen Mineralwässer ist die Stadt, Kurstadt Petykorsk. Petykorsk befindet sich sehr leicht erreichbar für je verschiedene Verkehrsmittel und auch nicht weit von Essen, Turki, Zeles, Nowotzk und vor dem Vorberggebiet. Petykorsk befindet sich auch in der Nähe von anderen Republiken im Nordkaukasus. Das heißt, vom Flughafen Mineralwässer ist es möglich, sogar mit dem Auto oder mit dem Bus nach Petykors zu kommen. Die Fahrtdauer ist etwa 30 Minuten. Das ist natürlich sehr angenehm für die Touristen. Warum sollen sie den Nordkaukasus und die kaukasischen Mineralwässer besuchen? Die Region ist einzigartig. Wir haben sogar Einbrüche, Mineralwasserquellen, alles Nötige, was sie wahrscheinlich auf unserem Planeten brauchen. Zuerst möchte ich ganz kurz über die kaukasischen Mineralwässer erzählen. Die meisten Touristen wohnen in Petykorsk und der Grund dafür ist, weil die Stadt sehr einfach mit allen Verkehrsmitteln erreichbar ist und wenn sie auf irgendwelche Exkursionen oder Ausflüge gehen wollen, dann brauchen sie dafür nicht besonders viel Zeit. Die kaukasischen Mineralwässer sind in erster Linie an sozusagen Heilungsressourcen reich. Über 1,5 Millionen Menschen kommen jedes Jahr hierher, um eine bessere Behandlung oder Kurmöglichkeiten zu bekommen. Meine Kollegen erzählen Ihnen auch näher dazu. Die Kurortstadt Petykorsk ist gerade die Stadt der Baldologie und der Kurbehandlung in Russland. Hier haben wir natürlich Schleimbehandlungen und hier viele Denkmäler aus der Geschichte und sogar die alten Straßen, die alten Kurberge. Gerade daran ist die Stadt Petykorsk sehr reich. Außerdem ist der Petykorsk mit Michael Lermontov, mit dem bekanntesten russischen Dichter, verbunden. Lermontov hat hier sehr viel Zeit verbracht und hat die bekanntesten Novellen geschrieben. Und leider wurde die Stadt Petykorsk zum Start des Todes von diesem Dichter geworden. Aber davon erzählen Sie mehr, wer an den Stadt führen kann. Schelez-Norvodsk, noch eine weitere Kurortstadt. Diese drei Kurortstädte sind sehr bekannt, reich an Geschichten und hat vieles, was die den Touristen anbieten können. Schelez-Norvodsk wurde in den letzten zwei Jahren zu einem Kurort der Welt bedeutend. Man kann Schelez-Norvodsk mit der kleinen Schweiz vergleichen. Er befindet sich in einer sehr Naturlage und Schelez-Norvodsk hat vor kurzem die längste Kaskadentreppe in Russland bekommen. Aber um den Geist dieser Stadt zu staunen, ist es möglich, wenn sie persönlich herkommt. Kurort-Stadt Schelez-Norvodsk ist noch eine sehr schöne Ecke in unserer Region. In erster Linie ist diese Stadt dadurch bekannt, dass hier das größte künstliche Park geschaffen, angelegt ist. Hier gibt es auch große Plätze, auch große Wanderwege, insbesondere für diejenigen, die an Herzkrankheiten leiden. Das heißt, wenn sie hier kommen, sie können nicht nur die Sehenswürdigkeiten bewundern und genießen, sondern gar eigentlich die Luft als Heilungsmittel für sich nutzen. Was die Region Stavropol angeht, die Region ist sehr reich am Leben von Kasachern. Gerade hier können sie sich mit dieser Kultur bekannt machen. Sie können den richtigen Rüst-Kasachentee aus dem Sommer wahr genießen. Es gibt auch die alten Küchenrezepte und können sie sogar zu einer Braut oder zu einem Bräutigam werden und sogar an einem sehr traditionellen Ritual teilnehmen. Und hier haben wir auch sogar Häuser aus den alten Zeiten, wann die Kasachen noch gelebt haben. Ich möchte Ihnen noch Folgendes sagen. Die Sehenswürdigkeiten befinden sich unweit von uns. Ich habe Ihnen vor ganz am Anfang gesagt, Petrkosk befindet sich sehr nah zu anderen russischen Republiken im Nordkaukasus. Auf dieser Folie habe ich Ihnen gezeigt, wie weit die anderen Sehenswürdigkeiten von uns entwert sind. Das heißt, im Laufe der drei Stunden sind oft gereiht genug, um jede Sehenswürdigkeit zu erreichen. Deswegen ist es sehr einfach, unterschiedliche Touren anzubieten. Was ist die Besonderheit vom Nordkaukasus? Wir haben hier im Nordkaukasus kontinuierend sehr wichtige Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Nationalpark oder Schutzgebiet Kislovodsk, der größte Berg in Europa, Elbrus, Zitadelle Narin-Kalar, oder zum Beispiel die Stadtgroße mit der Ahmad-Kadirov-Moschee und der Architektur der Stadt ist auch sehr, sehr attraktiv für viele Reisende. Außerdem haben wir Juweliersiedlung Kubaychi, dort übergeben die Meister ihrer Meisterschaft eigentlich von der Generation an die andere Generation. Und diese Produkte sind weltbekannt. Außerdem haben wir wahrscheinlich eines der tiefsten Kanions in der Welt. Was würde ich Ihnen gerne noch erzählen? Unsere Firma veranstaltet Touren von jeder Dauer und jeder Schwierigkeitsgrad. Wir haben zur Zeit über 25 Arten von Mehrtagestouren im Angebot. Wir haben schon über 50.000 Menschen bedient. Auf unserer Webseite gibt es natürlich auch Videomeinungen. Sie können sich damit auch bekannt machen. Es gibt auch natürlich Meinungen von unseren Dienstleistungen aus anderen Teilen der Erde. Außer dem bieten wir auch Dienstleistungen den Firmen an. Das sind zum Beispiel Workshops, Seminare, Konferenzen oder zum Beispiel Verhandlungen und Treffen. Wir machen sogar Marketing und Werbetouren. Es gibt auch natürlich Tagesausflüge im Angebot unserer Firma. Wir arbeiten sehr intensiv mit ausländischen Touristen aus Europa, auch aus Deutschland und deutschsprachigen Ländern. Wir haben natürlich noch die besten Reiseführer und ein sehr gutes Team, wo unsere Mitarbeiter sind, sehr ganz freundlich. Und wir kontrollieren die Qualität für jede Anfrage. Wir bemühen uns, maximal im Laufe von zwei Stunden Ihre Anfragen zu beantworten. Und wir sind auch bereit, jedes Programm, jede Tour für Sie zu veranstalten. Egal wie schwierig die sind, das sind auch Reitaustritte, Erholung in den Bergen und passt jedem Wunsch. Und hier haben wir auch die Information über unsere Firma. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie natürlich an uns Ihre Fragen per E-Mail schicken oder uns per Handy anrufen. Dann sind wir immer bereit, alle Fragen zu beantworten. Und natürlich warten wir auf Sie, zu uns in die Nordkaukasus zu kommen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und am Ende meiner Präsentation möchte ich nur ein kleines Video über Pity Gorsk zeigen. Davon habe ich Ihnen schon vieles erzählt und wir warten auf Sie, zu uns zu besuchen. Lermand auf Denkmal Adler Skulptur Sergei Kirov Park Singende Wassenbrunnen Elowa Scharfe Torte Liebe Leningplatz See Einbruch Oder Einbruchsee Denkmal Gedenkstätte Und natürlich eine orthodoxe Kathedrale und andere orthodoxe Kirchen. Es gibt auch ein Felsentum auf dem Berg. Herzlich Willkommen in Pity Gorsk Schönen guten Tag, meine Kollegen, Partner. Es ist wirklich sehr angenehm, ein großes Interesse an unsere Region zu sehen. Das heißt die Region Südrussland und gerade kaukaisische Mineralwässer. Mein Name ist Anna und ich vertrete den Reiseveranstalter Waschotek, ihre Erholung. Und wir sind schon seit über 15 Jahren auf dem Markt. Sie können uns natürlich gut zutrauen. Wir haben über 30 Menschen bei uns in der Firma. Wir haben sogar unsere Büros in Sochi, in Moskau und auch in Kislovodsk. Dort hier haben wir unser Hauptbüro. Und ich begrüße Sie ganz herzlich aus Kislovodsk. Aus Kislovodsk ist eine der südlichsten Städte in Russland. Wir haben Sonne über 360 Tage im Jahr. Viele kommen zu uns wirklich, um in der Sonne die Sonne zu genießen, um sich zu holen. Unsere Firma bietet Kur-Touren in den Sanatorien im Süden Russlands, das in unseren vier Kur-Städten. Und wir sind eine der führenden Firmen für den Einreisertourismus in unserer Region. Wir haben sogar von 10.000 bis 15.000 Menschen, die zur Behandlung oder zur Kur-Behandlung zu uns kommen. Wir spezialisieren sich auf Kur-Möglichkeiten und Behandlung. Und gerade diese Information würde ich Ihnen gerne jetzt bereitstellen. Unsere Region Süden Russlands, kaukasische Mineralwässer, befindet sich 1500 Kilometer von Moskau entfernt. Das ist gerade zwei Stunden von Moskau entfernt. Aber jeden Tag haben wir sogar von 10 bis 12 Flüge, die zwischen Moskau mit uns verbinden. So, die Registik ist ziemlich angenehm. Und der Profil unserer Tätigkeit ist natürlich die Unterbringung in den Sanatorien und in den Heilstätten des russischen Südens. Unsere einzigartige Luft, unsere Berglandschaft. Und das Erste, was die Menschen bei uns bekommen wollen, das ist eigentlich die erstklassige Beko-Dienstleistungen und Behandlung in den Sanatorien unserer Region. Seit über 100 Jahren sind wir mit unseren Quellen und Sanatorien mit Heilschleimen bekannt. Und die Menschen aus der ganzen Welt kommen zu uns, zu solcher Behandlung. Wir haben unterschiedliche paläologische Faktoren, was unseren Kurort sehr populär und natürlich weltbekannt macht. In den letzten 10 Jahren haben unsere Sanatorien angefangen, sehr intensiv die moderne Heil- und Behandlungsprozeduren zu verwenden. Es werden auch Spa-Programme den Gästen angeboten. Wir haben vier Kurortstädte, Essentürki, Kislavutsk, Pertikorsk und Schrelisnavutsk. Und natürlich die Mineralwasserquellen, die sind bei uns sehr weltbekannt und die können natürlich auch den Organismus unterschiedlich bewirken. Und Heilschleime werden hier sehr intensiv bewerten, zum Beispiel Lungen, Herz oder Nerven, wenn Gynäkologie, Urologie, Detox-Programme, wenn Sie damit Probleme haben, dann kommen Sie bitte zu uns. Und was zur Zeit gefragt wird, da sind eine Covid-19, Rehabilitation, das ist wirklich sehr stark gefragt. Es kommen auch viele Menschen in uns, um die Lungen zu rehabilitieren. Und die Grundlage für diese Behandlung und für diese Heilprogramme, das sind Inhalation, Mineralwasser, Wannen, Schleime, unterschiedliche Massagen oder Dusche der Physiotherapie. In erster Linie sind das natürlich die Wandermöglichkeiten durch unsere Parks. Kislavutsk hat wahrscheinlich einen der größten Parks in Europa. Sie brauchen dafür sogar mehr als ein paar Tage, um durch den ganzen Park spazieren zu gehen. Und deswegen kommen zu uns die Menschen, um hier Trekking zu machen oder einfach zu spazieren zu gehen. Sogar für lange Distanzen, für kurze Distanzen. Es kommen auch zu uns Sportler, um zu trainieren. Yogurtouren sind bei uns auch sehr populär. Oder Fitnesstouren, es gibt Menschen, die dazu hierher kommen. Es kommen auch viele Eltern mit ihren Kindern, um die Gesundheit zu stärken. Es kommen auch ältere Menschen, um hier eine Entspannung zu haben. Das ist natürlich Bergluft und Fitnesien, die natürlich einen positiven Fluss auf die Gesundheit nehmen. Also was ist überhaupt zu erwarten von der Behandlung und Genießung in der Kuranstalt? Vor allem ist es die Stärkung der Immunität. Das ist die Vorbeugung von Krankheiten. Das ist die Minderung der Anzahl der an beruflichen Krankheiten leidenden. Erhöhung der Arbeitsfähigkeit. Und es ist schon lange her bewiesen worden, dass Besuch einer Kuranstalt nicht nur die Immunität stärkt, sondern auch die Lebensdauer und Qualität erhöht. Und heute, das Syndrom der chronischen Müdigkeit, chronische Ermüdung ist auch sehr populär. Die Leute kommen in der Wanne zu liegen, Mineralwasser zu trinken, sich zu entspannen. Wir haben ganz viele Prozeduren für anspruchsvolle Patienten und Kunden. Heute ist die richtige Erholung nicht nur Mode oder Trend. Wir haben schon lange her alle verstanden, dass man sich um seine Gesundheit kümmern soll und die Immunität unterstützen soll. Ich glaube, da soll den Kunden beigebracht werden und erzählt werden, dass eine richtige Erholung mit Sorge um die Gesundheit notwendig ist. Das ist jetzt zum lebenswichtigen Punkt geworden. Der Preisbereich oder die Preisschiene in unseren Kuranstalten heute liegt 2.500 bis 25.000 pro Tag. Dieser Preis ist angegeben mit dreimaliger Verpflegung, Unterbringung und von dem Komplex an medizinischen Leistungen. Also alle Prozeduren gehören schon zum Preis des Aufenthaltes. Sie werden von einem Arzt verordnet. Ziemlich viele Prozeduren gehören zum Preis. Der Preisunterschied ist hauptsächlich bedingt durch das Serviceniveau und das Niveau von der Kuranstalt selbst. Also Qualität von den erbrachten Leistungen und der Verpflegung. Aber sogar in Kuranstalten des mittleren Niveaus, also Ökonom-Niveaus, da bekommt man gleich gute, also nach der medizinischen Versorgung, gleich gute Prozeduren. Weil das Mineralmasse und der Schlamm wird immer das gleiche benutzt. Behandlungskurs, was wünschenswert ist, ab 10 Tage. Kompletter Rehabilitationskurs circa 21 Tage. Und je mehr Tage der Kunde da verbringt am Kurort, desto mehr Prozeduren wird er bekommen, die zum Aufenthaltspreis, im Aufenthaltspreis hinbegriffen sind. Meine Kollegin hat das bereits erzählt und viele werden noch über unsere Aktivtouren in der Region erzählen. Wir haben viele Orte zu besuchen, wir haben viel zu zeigen. Das sind Bergskitouren, Reitwanderungen, Jogurtouren, Fitnesstouren, Raftingswanderungen zu Fuß. Im Winter sind es unsere berühmtesten Kurorte, das ist Elbrusbesteigen. Also wir haben Programme für jeden Geschmack, für jeden Kunden, für jede Zielgruppe. Sowohl für die jüngere Generation wird das interessant sein, als auch für die Älteren. Ja, auch Fototouren. Also es gibt eine Vielfalt von Programmen und die sind alle verschieden. Also wozu kommt man zu uns? Über Exkursionsprogramme, über die Ausflüge werden meine Kollegen noch später berichten. Ich erzähle noch ein bisschen über unsere Kuranstalten. Grundlage davon, also das wozu man uns überhaupt besucht, das ist Genesung und Behandlung. Und ein nicht unwichtiges Moment, das ist Ernährung. Die äthetische Ernährung, gerichtet auf die Verbesserung des Körperzustandes, auf die Verbesserung der Verdauung, auf die Tagesordnung. Das ist dreimalige Ernährung, die im Preis hinbegriffen ist. Und das ist ein unterenbarer Bestandteil der komplexen Behandlung. Aber neben der äthetischen Ernährung ist es vor allem die reichliche Küche der kaukasischen Völker. Wir haben viele schicke Restaurants, Cafés und mannigfaltige kaukasische Küche. Die Kaukasische Küche ist dadurch attraktiv, dass man gastronomische Touren unternimmt, Weinfeste, was eindeutig zu uns Gäste heranzieht. Und das ist wert, wirklich zu kommen und die berühmte kaukasische Küche zu probieren. Es gibt auch gastronomische Touren, die Nachfrage genießen. Unter anderem kommt man in den Kaukasus oft, um Konferenzen und verschiedene Veranstaltungen durchzuführen, also Geschäftstourismus. Wir haben heutzutage sowohl Hotels mit hohem Niveau, die eine hochrangige Konferenz empfangen und abhalten können, Seminare, Workshops. Es ist natürlich auch möglich, Teambuildings, also teambuildende Veranstaltungen durchzuführen, Bankette, wenn Ihre Gäste bzw. Ihre Kunden ungewöhnliche Geschäftsveranstaltungen wollen. Dann haben wir technische Möglichkeiten, um Ihnen ein gutes Niveau für das Abhalten dieser Veranstaltung durchzuführen. Was die Arbeit mit den Agenturen angeht, wir zahlen gute Provisionen. Natürlich passen wir uns den Kunden an. Wir sind auf Zusammenarbeit bereit. Wir würden uns freuen, Ihre Fragen zu beantworten. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, werden wir diese sehr gerne beantworten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Inna. Ich bin Fachfrau für Tourismus und Reiseleiterin. Ich vertrete ein der größten Transport- und Tourismusunternehmen im Nordkaukasus, Alex Tuo, aus der Stadt Stavropol. Nach unserem Ausmaß können wir sagen, dass wir gleichzeitig von einem bis 500 Personen befördern können. Wir verfügen über so einen Fahrzeugpark, über den ich Ihnen etwas später berichten werde. Ich bin praktizierende Reiseleiterin. Ich habe so gut wie alle Orte besucht, über die ich jetzt Ihnen erzählen werde. Das Thema meines Beitrags ist die Exkursionserholung in einigen Republiken. Nordkaukasus, das ist einzigartige historische Schatzkammer Russlands. 18 Jahre führe ich Rundgänge im Nordkaukasus und nicht nur. Und ich möchte Ihnen zusichern, dass es bei uns sicher, geistfreundlich ist. Bei uns ist es sehr interessant und sehr spannend. Das alles aber unter Vorbehalt, dass die Mentalität der lokalen Bevölkerung, besonders von den Bergleuten, verstanden wird, eingehalten wird. Insgesamt haben wir 142 Völker und wir leben jetzt in Frieden und Eintracht und wir sind befreundet und wirken miteinander zusammen. Und diese Erfahrung haben wir in vielen Generationen von den Menschen gesammelt, die hier im Nordkaukasus leben. Wir bieten Ihnen Folgendes an. Circa 200 Objekte, über 60 Touren im Nordkaukasus. Und wir führen unsere Exkursionen durch, die dauern von einer Stunde bis zwölf Tage Exkursions-Tour im Nordkaukasus. Der Preis von unseren Touren ab einem Euro pro Person bei der Gruppe von 45, 50 Personen, wenn es um eine Übersichtsführung in Stavropol geht und bis auf Maximum. Möglich im Nordkaukasus ist auch Bekbeken, aber in Rücksicht auf lokale Mentalität. So, weiter. Stavropol und das Gebiet Stavropol liegen in einer Kreuzung von Straßen, Kulturen, Nationalitäten und Religionen. Und wir befinden uns circa gleich entfernt vom Hasowischen, Schwarzen und Kaspischen Meer. Über uns verlaufen Radiale und Ringrouten in verschiedenen Richtungen, die Norden, Süden, Westen und Osten verbinden. Und das ist jetzt nicht die volle Liste von den Themen, die wir bei unseren Führungen betrachten. Apropos, sind jetzt hier einige Themen populär. Ja, das ist das Thema von den Wurzeln, also von den weiten Vorfahren, bestimmt durch genetische Analyse. Während der großen Völkerwanderung, wenn von Osten nach Westen viele Stämme und Völker gingen, wenn im Kaukasus Siedlungen von den deutschen Kolonisten, apropos, auch angesiedelt wurden. Einige Wellen der Migration aus Russland und in der Heimat der Vorfahren zu sein, das ist so ein richtiges Ressourcenzustand für offene Menschen. Ja, noch ein Thema, das ist so die kaukasische Kultur. Und wir eröffnen all diese Themen, das kann man in voller Masse bei uns spüren, in Rücksicht auf unsere Besonderheiten und die Mentalität. Hier sehen wir die Landkarte, so ein Schema, vor Kaukasusgebiet. Rot ist das Territorium von Nordkaukasus markiert. Im Zentrum liegt das Gebiet Stavropol und mit dem Kreuzchen ist die Stadt Stavropol selbst markiert. Und übrigens aus dem Griechischen als Stadt der Kreuz übersetzt. Und wie die wertvollen Perlen sind die Nationalen Republiken um Stavropol herum und die Gebiete von Vorkaukasus. So farbig sind die Hauptstädte der Nationalrepubliken markiert und interessant sind auch naheliegende Gebiete, Krasnodar, Rostov, Volgograd, Astrachain. Jetzt werden einige Brenz vorgestellt werden von diesem Territorium, sowie Gerichte der Nationalen Küche. Natürlich kann man tagelang über Kaukasus reden. Das kann man jahrelang untersuchen, aber immer noch nicht alles erzählt und gesehen zu haben. Also die Brenz von der Region selbst, Kalmykien. Kommen wir hierher und wir sehen, dass wir Kalmykien hier gelb markiert haben. So, Elistar, der Hauptstadt, ist gelb unterstrichen. Also Kalmykien, Brenz von der Region selbst. Das ist eine goldene Wohnstätte von Buddha. Das ist die größte buddhistische Kathedrale in Europa. So wie Tulpenfest, das ist der Volksfest von den Kalmykien, von den Steppenmenschen. Ja, wirklich haben wir solche Gebiete von den Steppen, von kleinen, nicht holländischen Tulpen, wo wir zu bewundern fahren. Auch diese sieben Tage Pagode, Goldene Stor, City Chess und die Borziken, in Birken, das sind kalmykische Nationalgerichte, kalmykisch, so gesalzen und mit Pfeffer, der Tee und die orientalischen Mädchen. Wenn unsere Kinder nach Kalmykien kommen, die sagen, das ist wohl China, wir sind jetzt in China. Und das erinnert wirklich an China, so der Teil von Elistar, den wir besuchen. Ja, weiter. Nächstes Gebiet ist Adigea. Adigen, das ist die indigene Bevölkerung von Kaukasus. Als Ausländer zu uns kamen, nach Adigea und gefragt haben, wie heißt du, er hat gesagt, Adigea, das heißt Mensch. Europäer, Russen haben sie Tscherkessen genannt und die Vertreter von den adigischen Völkern, sie wohnen im Vorgebirge von Nordkaukasus. In den Bergen, so in den Schluchten leben andere Nationalitäten und brennt diese Region, das sind legendäre Wasserfehle, Langanaki, sowie der Berg Fischt, ja, wie die Stadt, Stadion Fischt genannt wurde, wo olympische Spiele in Deutschland eröffnet wurden. Die Kanions von dem Belaer-Fluss, große Höhle, Käse von Adigea und überhaupt die Kultur des Käse-Machens ist überhaupt im Kaukasus sehr verbreitet. Die nächste Region ist Karachaywa-Tscherkesien. Zu den Brenz gehört Dombay und Arhülsa, das sind Berg-Ski-Gebiete. Im Kaukasus übrigens, um Seilbahnen und Ski-Gebiete zu bauen, wurden Jacken, die Hochgebirgskühe, gebracht als Transportmittel. Und hier sollte ein Foto sein von dem Jack Gosha. Aber irgendwie ist er verschwunden. Da werden wir weiter schauen in den Republiken, wo die Kommilitonen von Gosha hingehen, die unsere Gebirge schöner machen. Aber auf jeden Fall gibt es hier was zu sehen, neben Ski-Gebiete. In Arches zum Beispiel sind es Objekte für Weltallbeobachtung, Radioteleskope, Rata 600. Wir sagen, dass es ein Ohr und ein Auge des Planeten ist, Rata 600, ein Radioteleskop. Auch sind es zahlreiche Wasserfehler und Seen mit reinstem Wasser. So, das ist Christi-Erlöse-Bildnis, älteste Kathedralen. Das ist Schorpa, das ist die Suppe von Karachaywa. Ja, weiter begeben wir uns nach Kabardino-Balkarien. Kabardino-Balkarien ist eine einzigartige Perle von Kaukasus. Hier gibt es das Schloss Chaturkin und blaue Seen. Aber auf vielen Fotos sehen wir den zweiköpfigen Strato-Vulkan Elbrus und berühmte Kurort Chiget und Elbrus. Natürlich die Baksanske-Klam und Elbrus naheliegende Gebiete, warme Thermalquellen, Narsantal, wo auf einem kleinen Gelände von unter der Erde 17 verschiedene Narsantquellen sprudeln. So, das sind geheime mystische Orte, das sind Wasserfälle, das sind Seen- und Thermalquellen. Und Hatschani. Hatschani, das ist ein der verbreiteten Gerichte im Kaukasus. So, balkarische, das ist wirklich eine sehr leckere Sache. Die nächste Republik ist Ossetien. Zu Brenns der Region gehören Dargavski, also die Stadt der Tuten, und ein der großen Wasserfälle, Moment, also hier in Ossetien, das ist Wasserfall Kredinsky, und sind auch die Fladenkuchen hervorzuheben, und das Denkmal Astenji, also an Georg der Sieger, so ein Gott, was sich mit der Zeit umgestaltet hat und hatte eine absolut andere Gestalt jetzt in der modernen Zeit. Weiter begeben wir uns, weiter reisen wir mit Ihnen nach Ingushetien. Ingushetien ist berühmt als hervorragendes Land von verschiedenen Türmen und von Turmkomplexen, aus militärischen Türmen, Wachtürmen und Wohntürmen. Ingushetien selbst sind hervorragende Baufachleute, und es gibt eine ganze Menge von solchen Turmkomplexen, die direkt in Ingushetien liegen. Dann gehen wir mit Ihnen nach Tschetschenien. Das ist bebautes, wiederaufgebautes Territorium. Das ist so ein Herzschlag von Kaukasus, kann man sagen. Die Tschetschener sind Menschen mit erhöhtem Selbstwürdegefühl. Tschetschenische Lesginkas, oder Tanzt, und wie die Menschen damit umgehen, das ist ein besonderer Kult, das ist ein besonderer Ort, wo das alles beobachtet werden kann. Und ganz oft, wenn man über Kaukasus fährt, da halten die Menschen an, vor allem die Jüngen, und sie tanzen Lesginkas. So ist es üblich hier im Kaukasus. Auch gibt es in Tschetschenien einige wunderbare Moschees, moderne, riesige, große Moschees, die wirklich sehenswert sind. Die nächste Region ist Dagestan. Das ist Dagestan. 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 In Dagestan können wir natürlich in erster Linie den Kanyon Solatzke betrachten und bewundern. Man nennt dieses Kanyon ein einzigartiges Territorium vom Kaukasus. In Dagestan können wir auch sehen, wohin eigentlich unser Goscha sich migriert hat. Er wird weiter nach Dagestan begeben. Und hier haben wir auch die Zitadelle Derbent, Narimkala, die Stadt von Derbent. Und natürlich, diese Stadt Derbent ist rund 2.500 Jahre alt. Und natürlich nationale Speisen wie Hinkal und Tschadu. Das war nur eine kurze Übersicht über die russischen Republiken im Nordkaukasus. Und ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass im Winter sie zu uns auch kommen, um nicht nur unsere bergschigen Orte in Karatscheva, Tscherkesien, in Ingushetien, in Tschetschenien, in Adigeien zu genießen. Es ist auch möglich, auf Ausflüge und Exkursionen zu gehen. Außerdem haben wir auch hier im Kaukasus viele Thermalquellen. Fast jede Republik im Kaukasus hat auch Thermalquellen, zum Beispiel in Adigeien, in der Region Stavropel, in Ossetien und anderen Regionen gibt es solche Thermalquellen. Was haben wir normalerweise im Rahmen eines Pakets? Was können wir, was können sie hier bekommen? Normalerweise die Unterkunft, auch Transportversicherung und Exkursionen. Und das ist schon durch Paket eingeschlossen. Und zusätzlich können sie auch Eintrittskarten bezahlen und natürlich unterschiedliche Ausrüstungen ausleihen. Und was unsere Firma Alex Tu und Comfort Bas mit diesen Bösen sind immer bereit, sie im Nordkaukasus zu begrüßen zu dürfen. Wir möchten sie gerne mit der kaukasischen Gastfreundschaft bekannt machen und wir werden sie gerne bei uns willkommen heißen. Und wir sehen uns bald. Guten Tag, liebe Freunde, mein Name ist Roman, ich bin von der Firma Grand Tour. Wir sind schon seit über 10 Jahren auf dem touristischen Markt tätig und arbeiten mit den Touristen aus der ganzen Welt. Und wir haben schon eine bestimmte Erfahrung hier gesammelt und ich möchte gerne etwas über unsere Erfahrung Ihnen erzählen. Im Kaukasus gibt es sehr viele Anziehungspunkte. Es ist auch unmöglich im Rahmen einer Präsentation das alles Ihnen zu zeigen. Ich werde mich bemühen, eigentlich die interessantesten Stellen, die Perle vom Nordkaukasus Ihnen zu zeigen. Ich hoffe auch darauf, dass Sie eigentlich sich damit interessiert werden können und natürlich die Stadt und unsere Region auch bestätigen können, wenn Sie zu uns kommen. In erster Linie, das sind die Berge. Diese Berge sind in ihrer Schönheit einzigartig. Der höchste Berg vom Kaukasus und Europa ist Elbrus. Ich bin auch ein großer Bergpfand und ich bin über 10 Jahre diesen Berg bestiegen sogar. Es gibt viele internationale Touristen aus Österreich, Deutschland, aus den USA, die zu uns kommen, um hier den Elbrus zu besteigen. Und Elbrus ist im Programm der sieben höchsten Berge auf sieben Kontinenten, auch im Programmfall der sieben Vulkane. Das ist der höchste Vulkan in Europa. So ist dieser Berg wirklich sehr populär und sehr bedeutend. Viele halten diesen Berg als Stelle oder Platz der Kraft. Hier gibt es nicht nur schöne oder malerische Eigenschaften, es hat auch wahrscheinlich einige wirklich zaubernde Eigenschaften. Kaukasus ist natürlich ein einzigartiger Ort mit viel Kultur und Tradition. Hier gibt es natürlich sehr viele Besonderheiten, diese Region, die sind miteinander sehr eng verbunden. Und sehr oft wohnen wir uns selbst, wie wir auf diesem kleinen Teil der Erde so viele unterschiedliche Denkmäle und Traditionen vorhanden sind. Und einerseits, es ist natürlich sehr angenehm und sehr bequem für uns, für uns, wir als Reisefirma können natürlich unsere Gäste in einer kurzen Zeit mit unterschiedlichen Kulturen bekannt machen. Andererseits haben wir auch die Möglichkeit, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die sich nicht nur an einem bestimmten Tourismus interessiert sind, zum Beispiel Bergsteigen. Oder diejenigen Bergsteiger, die zu uns gekommen sind, können auch mit uns durch den Kaukasus reisen und sich natürlich mit anderen einzigartigen Stellen bekannt machen. Also historisch ist der Kaukasus eine sehr interessante Region. Diese Region war politisch, wirtschaftlich und kulturell sehr populär. Der bekannte Seidenweg war durch den Nordkaukasus und es war wirklich ein Warenweg zwischen den Meeren, die aus Asien wurden, Produkte und Waren nach Europa gebracht und aus Europa nach Asien. Deswegen gibt es hier eigentlich Einflüsse von anderen Kulturen, insbesondere von denjenigen, die aus Asien nach Europa und zurück hier gereist haben. Deswegen sehen wir sogar hier Beispiele in der Architektur, in anderen Denkmälern, in der Archäologie. Eine der größten Sehenswürdigkeiten vom Kaukasus sind die Menschen, die hier leben. Der Kaukasus hat wirklich eine unglaubliche Anzahl von Völkern und Kulturen. Hier haben wir über 120 ethnische Gruppen. Das ist wahrscheinlich nirgendwo in der Welt. Das können sie wahrscheinlich nirgendwo finden. Und diese Menschen, die hier leben, die sprechen 50 verschiedene Sprachen. Sehr oft können zwei Dörfer, die 20 Kilometer voneinander liegen, auf verschiedenen Sprachen sprechen und einander sozusagen sprachlich nicht verstehen. Trotzdem gibt es sehr gute freundschaftliche Beziehungen zwischen diesen Völkern. Die Menschen helfen sehr gerne einander und das können wir auch jetzt betrachten. Wenn wir zum Beispiel irgendwelche nationale Feste haben und wir bringen unsere Touristen zu diesen Festivalen oder Festen, dann können sie selbst sehen, wie verschiedene Völkern zusammen die Zeit verbringen und ihre Traditionen, Sitten und Bräuche zeigen. Die Gastfreundschaft vom Kaukasus ist natürlich eine Art Visitenkarte vom Kaukasus. Derjenige, der zu Besuch hier gekommen ist, ist in solch einer Atmosphäre, wenn die Gastgeber, sind sogar schon das Letzte dem Gast zu geben, aber es ist sehr wichtig, weil es sehr wichtig für die Menschen, für lokale Menschen ist, den Gast zu ehren. Deswegen, diejenigen, die uns besucht haben, die kommen nach Hause, überfüllt mit dem Gefühl zurück, dass sie eigentlich von unbekannten Menschen empfangen wurden und empfangen als beste Freunde, als nächste Verwandte. Die kaukasischen Traditionen gehen sehr tief mit ihren Wurzeln in die Geschichte. Das ist eine der wenigen Regionen Russlands, wo diese Traditionen, diese Sitten und Bräuche in der U-Form geblieben sind. Zurkontaktion, die Reisenden, sogar vor 200 oder 300 Jahren sehen, zum Beispiel Nationalanzüge oder Kostüme oder Nationalgewerbe. Diese Gewerbe sind sogar unberührt geblieben. Wenn sie zu uns kommen, die Touristen haben die Möglichkeit, nicht nur eigentlich von der Seite diese Sitten und Bräuche zu betrachten oder sogar an einigen Veranstaltungen teilzunehmen, zum Beispiel an Hochzeiten. Natürlich, das sind Hochzeiten, wo die Gäste, unsere Gäste als Gäste natürlich akzeptiert werden, aber die können natürlich nationale Anzüge anziehen und natürlich nicht nur als Zuschauer dabei sein oder sogar als echte Teilnehmer von all diesen Ritualen. Und das macht natürlich einen sehr guten Einfluss auf alle, die zu uns kommen. Wenn wir eigentlich über die Handwerke und Gewerben im Kaukasus reden, die archäologischen Ausgrabungen haben gezeigt, dass sich nicht vieles in den letzten 500 bis 600 Jahren geändert haben. Eigentlich die Teppiche, die hergestellt werden, das Geschirr aus dieser Region, das Schmuckstück, das alles wird genau so gemacht wie vor einigen hunderten Jahren. Und es ist auch deswegen insbesondere interessant, sie können eigentlich schon direkt die Ware berühren, wie sie eigentlich von unseren, eigentlich vor hunderten, mehreren hundert Jahren hergestellt wurden. Die kaukasische Küche, davon kann ich eigentlich stundenlang erzählen. Die kaukasische Küche, das ist natürlich eine Widerspiegelung der Kultur, der Tradition von kaukasischen Völkern. In erster Linie ist das Fleisch und Fleischgerichte. Ja, woher können die Menschen in Bergen Kraft nehmen? In erster Linie, das sind Speisen aus Fleisch und Gemüse. Die Völker waren sehr eng zueinander und sie haben voneinander viele interessante Rezeptoren übernommen. Zur Zeit ist es wirklich sogar schwierig zu sagen, wem ursprünglich diese oder jene Speise gehört. Wer war eigentlich der Ersterfinder einer bestimmten Speise, einer bestimmten Küche? Alles ist so wirklich durchgemischt, alles so eng verbunden. Das heißt, die kaukasische Küche ist eine Vereinigung von duzenden diesen kulinaren Wundern. Und das ist schon ein Beispiel von einer der populärsten Speisen in Kaukas. Also gegrilltes Fleisch, verschiedene Fleischarten. Man nennt sie Schaschlik. Wenn sie wirklich ganz frisch zu bereiten, deine Gerichte in Kaukas probieren, das ist schon ein einzigartiges, unvergessliches Gefühl. Viele, die da was probieren, die können natürlich gut annehmen. Aber wenn sie annehmen, wenn sie wirklich am Gewicht zunehmen, dann machen sie das auch mit Freude und Vergnügen, weil das Fleisch unglaublich schmeckt. Kaukasische Märkte, das sind nicht nur eine Stelle und ein Platz, wo sie etwas kaufen können, das was sie wirklich mögen. Das ist gerade die Stelle, wo sie eigentlich kommunizieren können, wo sie wirklich die Geschichte von einem bestimmten Gericht und einem bestimmten Produkt hören können. Wir können den Käse haben, der heute zubereitet wurde oder zum Beispiel können sie ein Konfitur kaufen, die heute oder vor einer Woche zubereitet wurde. Und das ist eigentlich auch eine Sehenswürdigkeit, genauso wie die Berge bei uns. Wenn wir von den Menschen reden, ich kann eigentlich über kaukasische Langleber viel erzählen. Im Kaukas gibt es wahrscheinlich ein großes Prozent der Menschen, die über 100 Jahre alt, meine Großmutter, die ist 97 Jahre alt, sie kommen sehr oft zu ihr und sie erzählt uns auch die Geschichte aus ihrer Jugend. Und das ist wirklich das, was sie eigentlich über die Geschichte selbst hören können. Und wir haben natürlich auch sehr interessante Angebote und Touren, die eine Möglichkeit geben, sich mit dem Langleber bekannt zu machen. Und sie können natürlich eine Geschichte von diesem 100 Jahre alten Mensch hören, wie er zum Beispiel vor 90 Jahren gelebt hat. Und das ist, was die Emotionen angeht, ist wirklich ein einzigartiges Angebot. Und jetzt ein paar Worte zu der Region, wo ich selbst wohne. Das ist kaukasische Mineralwässer. Diese Region begann sich eigentlich danach zu entwickeln, nachdem der russische Zar Peter I., der wirklich ein großer Fan von Europa war und er hat entschieden, dass wir im Kaukasus auch gleiche Wasserkuhorte haben sollen wie in Europa. Er hat begonnen, eigentlich schweizerische, deutsche Ärzte in den Kaukasus zu schicken, damit sie hier alles untersuchen und beschrieben konnten und mit der Entwicklung dieser Region helfen konnten. Und es gab natürlich sehr viele Geheimnisse der Gesundheit, viele Methoden der Gesundheit und der Behandlung haben wir von unseren europäischen Kollegen geerbt, die uns das alles vor 300 Jahren, vor 250 Jahren hier unsere Region besucht haben und das alles als Erbschaft gelassen haben. Wir haben diese einzigartige Informationen, einzigartige Methoden für uns gelassen und das verwenden wir natürlich auch bis jetzt. Wir haben diese Methoden auch weiterentwickelt, aber die alten Untersuchungen von europäischen Wissenschaftlern liegen zu den neuesten Methoden zugrunde. Die kaukasischen Mineralwässer, die sind natürlich sehr artig. Hier gibt es vier Kuhortstädte, die sind ganz bekannt in ganz Russland. Jede Stadt hat eine bestimmte medizinische Ausrichtung und derjenige, der zur Behandlung oder zur Kuh herkommt, der kann eine Kuhortstadt gemäß der Gesundheitsindikatoren auswählen. Wir haben auch ein breites Angebot oder eine breite Palette von Touren. Wir haben sogar Diskussionstouren, aktive Touren, sogar Geländewagetouren. Und zur Zeit gibt es natürlich sehr viele, die sich mit dem Kaukasus bekannt machen wollen und hier können sie alles finden, was jedem Geschmack entspricht. Es gibt diejenigen, die das Bergsteigen mögen, die auf Erkursionen stehen oder sogar die Küche, die Kalle Küche genießen wollen. Wenn sie irgendwelche Fragen haben, bitte kommen sie zu uns. Wir sind bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dankeschön. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Anna, ich bin Vertreterin des Reisebüros Altair. Unsere Reisefirma wurde 1993 gegründet und unter harter Konkurrenz hat die Firma einen langen und schweren Weg zurückgelegt. Und heute im 21. Jahrhundert sind wir froh, wieder auf dem touristischen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Wir haben was anzubieten. Wir entwickeln die Idee von Reisen mit nationalem Charakter, was wir für sehr wichtig halten im multinationalen Land. Wir leben auf reichem Territorium von Nordkaukasus, der sich von anderen Regionen Russlands unterscheidet, durch Vielfalt von Nationalitäten und Kulturen. Davon gibt es hier 50. Reiche Geschichte, mannigfaltige Landschaften. Das alles zieht neugierige Menschen heran, die hier nicht nur für unberührte Natur kommen, sondern auch, wollen sie, verschiedene Kulturen kennenlernen. Und wir sind immer bereit, Reisen auf ihren Geschmack anzubieten. Das können nicht nur grafische, religiöse Reisen sein, aktive und Bildungstouren sein. Unsere Hauptaufgabe ist die Kombination von all diesen Elementen in jeder Reise. Und das schaffen wir. Bei unseren Reisen bekommen die Touristen nützliche Informationen und in jeder Reise haben wir mit nationaler Einzigartigkeit und Kultur der Völker zu tun, dessen Land wir besuchen. Wir machen Mini-Reisen auf ökologischen Gebieten für alle, möglich im Alter 2 bis 80. Dabei wählen wir Hotels möglichst nahe zur Natur aus umweltfreundlichen Stoffen mit vollwertiger Verpflegung. Und ich glaube, das ist das, was die Touristen heranzieht. Tourismus als Industrie hat viele verschiedene Bereiche, die ich im Prinzip schon genannt habe. Aber heute möchten wir Ihnen Ökotourismus vorstellen. Das ist die Richtung von dem Tourismus, wenn Gebiete besucht werden, die unter keinem anthropogenen Einfluss stehen. Das Ziel ist, Informationen über die Natur der besuchten Religionen zu bekommen, Bekanntschaft mit Regionen, Ethnographie mit verschiedenen Sehensnötigkeiten. Die Hauptaufgabe besteht darin, unversehrt einzigartige Landschaften zu erhalten und behutsames Verhalten zur Natur bei den Menschen zu erzielen. Heute ist dieses Thema sehr nachgefragt. Die Einwohner der Region spüren, dass die Natur der Region Hilfe braucht. Und die beste Hilfe ist behutsames Umgehen mit der Natur. Wir haben begonnen, anders die Natur zu sehen. Nicht als Erholungsort, ich meine jetzt Ausflüge, Spiele, also passive Erholung, sondern als Quelle des Lebens, die Aufmerksamkeit braucht. Und in diesem Zusammenhang haben wir eine riesige Möglichkeit, den Menschen unberührte Ecken der Natur, unsere Region zu zeigen, Pflanzen und Tierwelt zu zeigen und die Wichtigkeit spüren lassen von diesen Orten. Das trägt dazu bei, dass die Einwohner auch in die wirtschaftliche und soziale Tätigkeit eingebunden werden, was wichtig ist in so entlegenden Orten. Ökotourismus wird jedes Jahr immer populärer. Die Einwohner von Großstädten, Müdl von Lärm und Hektik, wollen in die Natur. Und wir sind bereit, dieser Anfrage zu entsprechen. Wir haben viele Richtungen im ganzen Nordkaukasus, wo wir dieses Projekt umsetzen. Nur im Gebiet Stavropol, auf dem Gebiet 65.000 Quadratkilometer, gibt es 56 besonders geschützte Naturgebiete. Also hier ein Gebiet pro 30 Kilometer. Die Republik Karatscheva-Cherkessien, unser nächster Nachbar. Hier auf 14.000 Quadratkilometer sind es 15 Schutzgebiete. Und so in jeder Nordkaukasischen Republik. Heutzutage können wir unseren Gästen folgende Varianten der Reisen anbieten zum Thema Ökotourismus. Erste und exotischste Variante, das ist unsere Nachbarin, buddhistische Republik Kalmykien. Außerdem, dass da Menschen leben, die nicht traditionelle Religion bekennen, für das restliche Russland, hat dieses Gebiet auch so richtige buddhistische Einzigartigkeit. Tempel und außerbuddhistische Einrichtungen, da gibt es da viel Interessantes. City Chess zum Beispiel, Schachhauptstadt, wurde zum 33. internationalen Schach-Olympiade 1998 gebaut. Die Gegend liegt in den Steppen. Im Frühjahr, wenn alles aufblüht, wird unsere Steppe bedeckt von einem Teppich aus Steppentülpen, die, apropos, im Rotten Buch der Natur eingetragen sind. In dieser Zeit kommen viele zum legendären Tulpenfest. Aber das Faszinierende ist natürlich die Natur der Steppe, wo man nicht nur die Kultur und Tradition in dieser Gegend kennenlernen kann, sondern auch wirklich das Aroma von den herrlichen Tulpen einatmen. Die zweite Variante ist nicht weniger exotisch. Das ist da, wo auf einem Gebiet solche Naturkomponente zusammenleben, wie Meer, Schlammvulkanen und ein Riesengewässer, wo exotische Lotusblumen wachsen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren zum Meer und unterwegs begegnen Sie richtigen Schlammvulkanen. Bei manchen, davon kann man immer noch nicht die Tiefe messen. Manche Vulkanen sind eingerichtet für den Besuch von Touristen. Hier gibt es spezielle Leiterübergänge, was Sie jetzt auf den Bildern sehen können, damit Sie wirklich in alten Schlamm eintauchen können. Außerdem ist es ein Heilschlamm. Um zu genießen, muss man einen ganzen Kurs machen. Normalerweise haben die Touristen keine Zeit dafür, aber einen ganzen Tag hier als Koffe Lachse zu verbringen, das können wir uns leisten. Außerdem liegen diese Vulkanen nicht weit vom Meer und nach dem Eintauchen in den Heilschlamm gehen wir sofort ins Meer baden. Aber bevor wir zu diesem wunderbaren Strand kommen, am Sonnenaufgang, wenn das Gras noch nass ist, bringen wir unsere Touristen zu einem ungewöhnlichen Gewässer, wo auf 110 Quadratkilometer Lotus-Tal liegt. Diese Blume ist auch ins Rote Buch eingetragen. Wir setzen uns in die Motorboote und wir fahren unter diesen Lotusblumen, indem wir sie bewundern. Die nächste Öko-Route, die wir Ihnen vorstellen möchten, ist auch mit dem Meer verbunden. Das war die Hauptstadt der 12. Olympischen Spiele, die Stadt Sochi. Und wir betrachten nicht nur olympische Objekte, sondern wir können auch die Meeres- und Bergluft genießen, Meeresschifffahrt machen und mit der Seilbahn nach oben fahren. Viele Schluchten sehen Flüsse und Wasserfehle. Und das Beste sind die blühenden Magnolien, die nicht nur in den Tropa wachsen, sondern auch auf den Straßen von dieser wunderschönen Stadt. Und jetzt schlagen wir vor, direkt in die Berge zu gehen. Wir haben einzigartige Orte, wo am nördlichen Böschungen von Kaukasus bleibt südliche Flora. Der nördliche Teil von Kaukasus unterscheidet sich sehr stark von dem südlichen, weil Meer im Süden ist, ist da Klimawärme. Das ist bei uns subtropisch. Und dementsprechend sind auch Flora und Fauna entstanden. Die nördliche Böschung unterscheidet sich durch harscheres Klima. Da ist alles anders. Aber es gibt eine Ecke unberührter Natur auf der nördlichen Seite, wo Flora genauso duftet wie im Süden. Das ist Naturrätsel. Genau hierher kommen wir mit den Touristen, damit wir über die enge Bergklammer, wo unten ein Fluss strömt, das viele Wasserfälle hat, mit einem touristischen Zug zu reisen. Und man kann auch zu Fuß aufklettern und hier die ganze Macht der Natur genießen. Da gibt es auch viele Thermalkwellen, die von unten strömen. Zu jeder Jahreszeit, bei jeder Temperatur kann man hier schwimmen und die Naturfrüchte genießen. Von Westen nach Osten, also das Kaukasusgebirge lang, da werden die Berge höher, die Schluchten tiefer. So, das unterscheidet sich wirklich von der Nachbarregion. Und jede Schlucht oder jede Klamm hat was Einzigartiges. Hier kann man stundenlang diese Routen begehen, indem man kristallklare Bergluft genießt. Und abends am Feuer sitzen mit einer Gitarre und Tasse Tee mit Honig. Oder russische Banner besuchen und dann in den erfrischenden Fluss tauchen. Wir haben eine große Menge von Routen. Man kann endlos darüber berichten. Wir sind bereit, auch neue interessante Routen zusammenzustellen für jeden individuellen oder Gruppenauftrag. Wir lieben unseren Kaukasus und möchten Ihnen auch ein paar Artikeln von dieser Begeisterung schenken. Hier, herzlich willkommen im Nordkaukasus. Hier sehen Sie die Landkarte, genau das, was ich Ihnen erzählt habe. Schematisch ist alles hier dargestellt. Elista, was ich Ihnen gesagt habe. Lotusblumen, Tamain, Raskau, Karatschewa-Cherkistische Republik, Adigee und Magnolinblüten in Sochi. Etwas näher, wenn wir das von unserer Region an betrachten. Und die ganze Information über uns, Reiseveranstalter Altaia. Unsere E-Mail steht da. Die Telefonnummer ist auch im WhatsApp aktiv. Man kann per WhatsApp schreiben, Fragen stellen. Wir würden uns freuen, zusammenzuarbeiten und Ihre Fragen zu beantworten. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Guten Tag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Xenia. Ich bin Chefmanagerin von der Firma MagTour. Ich freue mich, Ihnen heute die Präsentation unseres Unternehmens vorzustellen. Heute haben wir bereits viel Interessantes über die Region Nordkaukasus gehört, über jede Republik von Nordkaukasus, über ihre Besonderheiten, Spezialitäten, Perlen, interessante Momente. Wir haben etwas auch über ethnische Komponenten erfahren. Ja, also auf diese Information werde ich etwas später zurückgreifen. Jetzt möchte ich Ihnen etwas über unser Unternehmen berichten. Unser Unternehmen wurde 2013 gegründet. Jedes Jahr bedienen wir mindestens zweieinhalbtausend Touristen. Auch haben wir ein ziemlich großes Netzwerk von Partnern, circa 250 Agenturen, sogar über 250. Wir haben auch Direktverträge mit den Hotels. Ja, davon zählen wir auch circa 150 und mehr. Unsere Touren sind alle in übersicheren Routen. Jede Route wird individuell entwickelt. Also haben wir nicht nur sozusagen Massentouren, sondern auch Autorenprogramme entwickelt für eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern. Die sind nicht nur interessant und sicher, die Routen sind auch, ja, sie eröffnen die Region, sie lassen die Region erkunden, wo sie bei jeder Tour ethnische Besonderheiten jeder Region kennenlernen können, nationale Küche verkosten können. Und das alles hilft Ihnen, mehr oder besser die Spezifik von Nordkaukasus zu verstehen und seine Schönheiten genießen, sowie die Geschichte. Ich möchte auch Schwerpunkt darauf legen, dass unsere Touren in Minigruppen stattfinden, also bis zehn Personen. Und wir entwickeln ebenfalls auch individuelle Programme. Ja, es gibt grundsätzlich keine Sprachbarrieren, weil viele unserer Reiseleiter mehrere Sprachen sprechen. Das kann englisch, deutsch, französisch oder sogar chinesisch sein. Wir bieten ein breites Spektrum an touristischen Leistungen an. Alle Touren finden mit bequemen Fahrzeugen statt. Da sind erfahrene Reiseführer dabei, die schon mehrere Jahre Erfahrung haben. Viele davon haben auch Erfahrung der Arbeit im Ausland, in Europa, in Amerika, in China. Und auch, damit es für sie bequemer ist, können verschiedene Zahlungsarten möglich sein. Und wie meine Kolleginnen und Kollegen bereits erzählt haben, also sie haben schon vieles über kaukasisches Mineralwässer erzählt. Sie sind berühmt durch große Dichter, die hier Urbau verbracht haben. Und auch sind sie durch ihre Mineralquellen berühmt, die nützlich sind, nicht nur für die Gesundheit, sondern man kann da baden und Thermalwanne nehmen. Was unsere Firma angeht, spezialisieren wir uns mehr auf aktiven Touren. Was verstehen wir darum, das sind Trekkingwanderungen oder Route, Hikingwanderungen oder zum Beispiel berietene Touren oder zum Beispiel Geländewagentouren oder sogar Touren am Leben zu bleiben zu jedem Preis. Es gibt auch Zelttouren. Jede Tour hat natürlich ein ethnisches Moment. Das heißt, dass sie sich eigentlich mit der Kultur einer bestimmten Republik im Nordkaukasus bekannt machen. Und in jeder Tour können natürlich die lokale Küche probieren. Die Touristen haben eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Speisen der nationalen Küche zu probieren. Und das hängt davon ab, in welchem Tour sie sind. Ich habe Ihnen schon eigentlich hier einige Fotos hier angeführt. Das ist gerade nur Beispiele von der Schöne, die Sie bei uns genießen können. Das ist zum Beispiel Karacaivo-Cherkesin. Das ist ein bekannter Wasserfall Alepekski. Und wodurch ist auch Kaukasus bekannt. Das ist natürlich nicht nur die Gastfreundlichkeit. Davon haben wir schon mehrmals gehört, die kaukasische Gastfreundschaft. Und im Kaukasus haben wir auch sehr viele historische Denkmälder, wie zum Beispiel die altchristliche Alainische Tempel aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. Wir haben natürlich auch Exkursionen und Ausflüge zu diesen Tempeln. Und es gibt auch natürlich Trekking- oder Wanderungsrouten dazu. Was die Wanderungs- oder Trekking-Routen angeht, hier gibt es unterschiedliche Routen zu den Bergseen zum Beispiel. Oder es ist auch natürlich Programme für das Besteigen vom Elbbrust. Und hier nehmen wir in Anspruch, wie gut die Touristen vorbereitet sind. Der Kaukasus ist auch dadurch interessant. Er bietet nicht nur eine ruhige Exkursionserholung. Die können natürlich sich im Senatoren entspannen und Mineralwasser trinken. Der Kaukasus ist natürlich eine sehr aktive Region. Hier können sie natürlich Diving machen. Die können ja auch Paraceling machen, auch Reiten durch Bergwege und Fahne. Und sie können natürlich unglaubliche Schönheiten genießen. Natürlich sich mit der Geschichte der Region und der Völker bekannt machen. Hier können sie natürlich Bergdörfer besuchen, wo die letzten Einwohner dieser Dörfer bis zum letzten Moment gewohnt haben. Sie können natürlich sich mit der ganzen Geschichte der Region bekannt machen. Sie können natürlich mehr über lokale Menschen erfahren. Und wir haben auch unterschiedliche Meisterklassen in unseren Touren. Zum Beispiel Republik Dagestan. Hier sehen Sie die bekanntesten Polenwellentürme. In Dagestan ist das Bergdorf Kubatschi mit bekanntesten Juweliermeistern. Dort gibt es viele Meisterklassen. Sie können selbst ein Schmuckstück herstellen. Und es gibt sehr viele ähnliche Bergdörfer in Karachaywa, Tscherkesien, in Tschetschenien, in anderen Republiken. Und das ist zum Beispiel Bergdorf Gamsutti, das ist ein Machu Picchu von Dagestan. Wodurch ist dieses Bergdorf bekannt und interessant? Der letzte Einwohner ist 2014 gestorben und er wohnte hier alleine in diesem Bergdorf. Und die Gruppen, die hier eigentlich diesen Bergdorf besucht haben, können sich mit ihm bekannt machen, unterschiedliche Momente, ethnische, kulturelle Werte besprechen und so weiter. Oder das bekannte Kanion Sulakski ist normalerweise vorhanden in allen Touren in Dagestan. Wenn Sie nach Dagestan kommen, dann müssen Sie unbedingt das Kanion Sulakski besuchen. Das ist eines der tiefsten Kanions in der Welt. Und die Wasserfarbe ist einfach unglaublich. Es gibt auch mögliche, Bordfahrten zu organisieren oder einfach kann man wirklich eine kleine Schifffahrt dort organisieren. Außerdem der Wasserfall Sultinski, das ist der unterirdische Wasserfall, ein Wunder von Dagestan und der Republiken im Nordkaukasus. Oder zum Beispiel Wüstenberg, Sarakum, das ist eine Wüste inmitten der Stadt. Die Wissenschaftler können auch bis jetzt nicht verstehen, wie diese Wüste gebildet wurde. Hier haben wir wirklich sehr viele Arten der Tiere, die in Rot gelistet sind. Und natürlich der Elbbrust, davon habe ich schon mehrmals gesagt. Bei uns haben wir auch einige Besteigungsprogramme, es gibt schon leichte Trekkingtouren, es gibt auch Geländewagentouren und wir können auch vieles in Kabardina, Balkarin besuchen. Wir besuchen auch unterschiedliche Thermalwasserquellen und wir können natürlich an verschiedenen Meisterklassen teilnehmen. Unterkunftsmöglichkeiten. Was möchte ich Ihnen gerne hier davon erzählen? Was unsere Firma angeht, wir versuchen immer unsere Gäste in den Anlagen von einem höheren Niveau zu unterbringen. Das sind normalerweise die Hotels von 4 Sternen und Höhe für den europäischen Markt. Wir bieten normalerweise 5 Sternen Hotels und natürlich höher an. Alle Unterkunftsmöglichkeiten entsprechen natürlich diesem Niveau. Diese Hotels haben natürlich auch eigene Territorien, wo sie natürlich auch spazieren gehen können und die Schönheit genießen. Außerdem möchte ich etwas zu unseren Verkehrsmitteln erzählen. Wir verwenden immer Verkehrsmittel mit dem höchsten Komfort, zum Beispiel unsere Mini-Büsse. Das sind normalerweise Mini-Gruppen mit bis zu 10 Personen. Wir können natürlich Touren für große Gruppen organisieren, aber das ist natürlich auf Anfrage. Wir spezialisieren uns auf Mini-Gruppen, damit jeder Reisende eigentlich die maximale Aufmerksamkeit, den maximalen Umfang an Informationen bekommt. Und damit jeder von denen, die zu uns gekommen sind, so viel wie möglich über unsere Rekke und erfahren. Also wir haben wirklich sehr gute Autos mit einem Komfort. Die sind nicht älter als 5 Jahre. Das können auch Geländewagen sagen, Crossover und Mini-Büsse. Das sind normalerweise Mercedes, Volkswagen und Toyota. Küche. Ohne Küche kann man im Kaukasus nichts machen. Alle Touren im Nordkaukasus sind mit der Küche verbunden. Da sind Gastro-Touren. Wenn sie in den Nordkaukasus kommen und die nationale Küche nicht probieren, das ist sogar unmöglich. Was bieten wir hier an? Wir bieten auch kaukasische und europäische Küchen an. Das Mittagessen ist normalerweise national in der nationalen Weise organisiert. Und das Abendessen ist natürlich, was das Frühstück angeht. Das sind normale Buffets. Und die Buffets sind normalerweise für Frühstücke und Abendessen. Ich habe jetzt leider nicht genügend Zeit zu erfüllen. Deswegen möchte ich etwas schneller sprechen. Was möchte ich Ihnen noch erzählen? Warum ist es bei uns eigentlich sehr garantiert? Wir haben wirklich garantierte Tour-Daten. Eine hundertprozentige Rückzahlung im Falle der Tour-Standierung. Es ist auch möglich, die Tour-Daten jederzeit ändern. Wir können auch die Tour jederzeit ändern. Wir haben immer eine Informationsunterstützung. Wir helfen Ihnen auch mit der Werbung, mit verschiedenen Fotos und anderen Videomaterialien. Unsere Kontakte sind wie Volk. Wir sind eigentlich 24 mal 7 für Sie da. Wir kümmern uns um jeden Tourist, der zu uns kommt. Und wir freuen uns auf die weitere küftige Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass unsere Firma Ihnen interessant sein kann. Und Sie können auch mit uns sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Okay, das ist die Zeit für eine Reise in den Kaukasus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Laune und viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.